So, Mann, Mutti-Millionen! 160, Digger! Machbar! 450! Schön gemacht, Diggi! Leider... So, Leute, schiebt mal hier den Chat zur Seite. Mit dem Finger einmal rauf und dann unten auf den Link klicken, da wird ihr weitergeleitet. Da gibt es einen 10er-Grafisch, Leute. Wurde wird jetzt angenommen. Versucht nochmal, wir versuchen nochmal. Wir holen mal hier die 2-Euro-Kolle rauf. 2-Euro-Kolle. Alles oder nichts, Digger. Sei ehrlich, du hast richtig den Hatar gehört. Wer ist das? Das ist dieser, ähm, mit dieser großen Liebe. Ja, ich kenn ihn, Digger. Ich hab auch viel von ihm gehört. Er hatte diese eine große Liebe. Ich hab mehr Filme von ihm geguckt, er. Bruder, meinst du, er hat echt diese Sarah super geliebt? Er hat Sarah richtig geliebt. Aber ich sag, ich ist immer noch mit ihm zusammen, glaub ich. Diggi! Was geht hier ab, Digger? Du bist ja da hochgekleidert und dann sonst eine Olympiade wäre, Digger. Digger, guck mal hier, Digger. Guck. Ich bin ja hochgelaufen, Digger, als wenn es nichts Gutes wäre, Digger. Ba-bam, Digger. Digger, Digger. Digger, Digger. Digger, Digger. Digger, überleg mal nochmal, jetzt haben wir 300 Euro hochgedrückt. Digger, überleg mal. 300 Euro hochgedrückt in 3 Minuten. Bruder, das ist Rekord. In 300, guck mal. Wer, wo, wer ist dieser Wall, äh, Wall Street? Digger, Leute. Baste, wo du rauskriegst. Oh. Nee. Oh, du weißt, das war mit 4 Euro irgendwas. Ich hab gesehen, Diggi. Du bist richtig gestratzt. Boah! Da ist auch reingegangen, Digger.